So, ich baue mich jetzt einfach mal nach oben. Mal schauen, wo ich rauskomme. Oh man. Ich weiß schon, warum ich Höhlen-Touren eigentlich nicht so gern mache. Weil ich nie wieder rausfinde. Warum bin ich überhaupt... Wieso bin ich überhaupt... Ach so, ich bin in die Höhle reingefallen, oder? Wisst ihr das noch? Wie kommt das denn? Ah, siehste mal, Lemon. Du warst so abgelenkt von deinem komischen Kokosnuss-Gedöns, dass du keine Ahnung hast von dem, worum es eigentlich geht, ja? Im Leben. An sich, überall. Ja, ja. Natürlich. Das sieht man wieder. Holly ist immer so abgelenkt von Kokosnussen. Er weiß nicht mal, was um sich vorgeht. Ja, ja. Ich bin das traurig, dass sich das so viel entwickelt hat. Ruhle. Ruhle. Hä. Ruhle. Ruhle. Was ist Zombies reden? Das läuft nicht gerade. Wieso, Plex? Was ist Zombies? Weil die Musik gerade läuft. Ah. Aber weil die Kokosnüsse auf der Kopf hieß, weißt du, wie massiv das Ding ist? Wenn dein Auto drüber fährt, das war aufgrundwell. Es wird nie das Schlag machen und explodiert. Ist mir doch die Kokosnüsse egal. So stark sind Kokosnüsse jetzt auch nicht. Das kannst du nicht erzählen. Die sind schon echt stabil. Ach du Heiliger, wenn dein Auto drüber fährt... aber ich bin bei alphabäumen rausgekommen wo bin ich gut dass ich einen kompass habe aber wdf wo bin ich denn jetzt gelandet ich bin gerade in einem wunderschönen tal das quasi von lauter bergen umzingelt ist was quasi die definition eines tales ausmacht gut gemacht noch was bringen sich 60 euro stifte wenn die anderen brechen seit ich die gekauft habe ich glaube sie bringen nichts ich meine sie sind wenn sie mal nicht brechen sind es die tollsten stifte überhaupt da waren ich glaube ich sollte die nicht verwenden für eine skizze die ich sowieso einscanner aber funktioniert immer gut für für eine feine skizze für etwas ganz kleinem das niedlich aussehen sollten in den edding ach das gibt's amazing world als download ding von steam dass man das nicht im browser spielen muss dann macht das denn dann dann lockt dich mit einem grapefruit man boobs on me ein und erobere die welt ich glaube ich habe das erste mal an diese map ein screenshot geschossen aber diese gegend sah so geil aus das musste gemacht werden das musste gemacht werden das musste gemacht werden das musste gemacht werden ich weiß wieder wo ich bin ich weiß wieder wo ich bin ich weiß wieder wo das erste mal ist ich habe jetzt zwar absolut kein holz dabei was ich eigentlich machen wollte dafür aber übernsteck eisen ich bin gut planen kann ich da ist eine skizze die ist jetzt gesendet kannst mir sagen was ich dir anziehen soll soll den kleidchen bekommen und ein bisschen gesendet ich hab noch nichts das soll er glaubt das heißt bis ich bei meiner blühen wird zu den übrigen gesendet und vom bilder er war zu meinen es steht gerade dass der ablöst fehlgeschlagen ist ich habe wiederholen geklickt Ok nee, Tony Hawk hatte auch schon wieder einen Fehler. Ich trenne mich mal vom W-Lan. Ich weiß nicht, wieso das nicht funktioniert, aber... Jetzt geht's, wenn ich mich vom W-Lan trenne. Ich glaube, ich bin gleich da. Ja, ich bin zu Hause. Geh dir wie lange, willst du eigentlich die Aufnahme machen? Du hast sicherlich schon seit zwei Stunden im Aufnehmen. Nein, seit eineinhalb. Gut. Sind es nur... Wie viele Folgen sind das? Wie lange machst du deine Folgen? Aktuell sind es von sechs Folgen. Oh, wow. Wir sind in sechs Folgen. Jetzt werden wir alle Fame... Ich möchte mal einen Break machen, wenn du da fertig bist. Ähm... Ich weiß nicht. Zieh dir ja ein Pinguin-Kostüm an. Nein. Ich wollte jetzt vielleicht irgendwie ein Kleidchen anziehen. Nein. Nee, ein Pinguin-Kostüm. Nein, ich mache keinen Pinguin-Kostüm hier drin. Nichts. Und die zweite Tony Hawk-Datei, die nicht ganz gut. Ich darf den Daumen nicht anhalten. Eine ganz andere Frage, ist das noch so oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es gibt jetzt Cobblestone Slap. Wowie. Wow. 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 Ja, das ist wirklich wow. ich bin fasziniert und seit wann spielt es eigentlich minecraft offiziell welche version oh gott das ist eine sehr gute frage ich weiß es nicht als ich gerade mal hätte 1 3 2 full version ne da war ich schon früher tatsächlich zwar nicht auf meinem eigenen account aber das ist ja jetzt eher nebensache danke wolfie by the way ich weiß nicht ob es auch auffällt aber ich habe damals auch auf dem account für das kumpel gespielt ich glaub's ja die ja das weiß jeder ich glaube sich er erratet nie was ich gerade in einer kiste gefunden habe was denn eine aral tankstelle 20 6 holz genau jetzt hast du doch alles was du brauchst ja ich hab die kiste gefunden wo mein holz drin war ich bin gut ach das ist doch jetzt geht das ist doch eine verarsche ach man wie dumm ist das denn ich kann es halt hey aber dafür war es erfolgreich ich hab ein bisschen lehm habe ich ich habe glaube ich ein stack wolle geholt und ich habe birken gefunden sie sind zwar nichts bringen weil sie das gleiche holz machen und ich habe einen diamanten holly was hast du gesagt ich sag holly auch amazing world amazing world suchen wir das mal es ist ein tolles spiel für erwachsene erwachsene zwinker zwinker kann ich mir einen eigenen charakter erstellen kann der niedlich sein ich habe vergessen nachzuschauen gibt es betten es ist das erste mal dass ich mir diese gesamten historien dieses projektes nicht einen changelogs nicht durchgelesen habe das stein kommentar einfach das ist trolling auf höchstem niveau ein kommentar nicht empfohlen mit dem grund why can't be fox was soll das überhaupt heißen ja wieso er kein fuchs sein kann why can't be fox ach so das ist aber grammatisch sehr falsch das kommentar rand around with a bear in pink shirt didn't understand anything out there but i will pay more 9 out of 11 8 10 10 14 15 15 15 15 15 15 16 Wie seh ich aus? Es gibt Menschen am Fernseher im Zimmer. Äh gut, merken wir uns bitte fürs nächste Mal Changelogs lesen bevor man was macht. Ähm, das gehört dann da hin? Holly? Okay. I only recommend this game because of the sex mod. I found on the way. Warte, was? Is this a game for kids? There's a sex mod for you. Ahh. Followed an elephant for 10 solid minutes. Kept saying congratulations, you're a winner. Then got reporting for having sex with a tree. Das ist internes. Danke. Wie liebest du? Was ist mit dem... Menschheit... Demmenschheitfallen? Was ist mit demmenschheit? Ich würde mal sagen, sie haben ein leichtes Problem was die grammatikalisch korrekte Aussprache und Verwendung von Artikeln betrifft. Ja. Aber wer weiß, vielleicht bin ich einfach nur politisch korrekt, weil dieses Wort nicht das Geschlecht haben will, für das es konzipiert wurde und deshalb muss man es mit anderen Artikeln und Personalpronomen ansprechen. Oder pronominar, wenn ich noch elitärer klingen will, was ich nicht bin, weil ich dumm bin. Weil es fühlt sich, als wäre es ein anderes Geschlecht, wenn man darf. Oder Lemon, Lemon. Kurze Frage, was ist denn die Mehrzahl von Komma? Kommas? 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 Das ist ein Dough-Nuts. Ach, das kommt nicht gut an, wenn man sich in Online-Spinnen-Hitler nennt. Oh cool, meine Badewanne steht noch! Was? Wirklich? Ja. Oh mein Gott, wie niedlich. Das ist so niedlich. Wird es jetzt das nicht niedlich nennen? Das ist höchst illegal. Das ist wirklich niedlich. Ich habe das nicht getan. Ich habe meine ganze Leben für ein Video-Game, das lässt du Curly-Fries an ein Schieb. Ihr klingt so, es hat echt Spaß. Was? Wow. Wow, also...